Demo für die Kernkraft direkt vor dem Bundestag seit 7 Uhr. Heute früh demonstrieren hier Mitglieder des Vereins Nuklearia für die Kernkraft. Da drin im Bundestag wird gerade darüber entschieden, über eine Petition, die über 60.000 Bürger unterschrieben haben, die auch die Kernkraft unterstützen. Und wir von der AfD, wir sind die einzige Partei, die die Kernkraft auch unterstützt. Wir wollen einen sinnvollen Umgang mit dieser Technologie. Wir wollen, dass Kernkraftwerke, moderne Kernkraftwerke wieder in Deutschland gebaut werden und nicht nur die Laufzeitverlängerung für die übrigen drei. Wir möchten, dass der Sonderweg, den Deutschland beschritten hat mit dem Ausstieg aus dieser Spitzentechnologie, dass diese beendet wird und dass wir wieder an der Spitze des Fortschritts marschieren und die besten Kernkraftwerke der Welt bauen.